Ja, hallo und willkommen hier zur 12. Folge Supremacy 1914 mit Westmexiko auf der 500er Karte. Äh, Quatsch. Auf der 43er Karte, nicht 500er Karte. Ich habe gerade auch die 500er Karte aufgenommen, deswegen die Verwirrung. Wir haben Tag Nummer 23 und wir stehen auf Platz 1 mit 274 Siegpunkten. Ja, Georgia, muss man sagen, holt gerade so ein bisschen auf. Aber das Gute, die sind AFK gegangen. Eine sehr coole Sache. Mir ist das aufgefallen, weil die ja wieder so komische Truppenbewegungen machen. Das ist ja eigentlich eher so ein Ding, was KIs gerne machen. Von daher eine sehr, sehr gute Sache. Da kann jetzt unser Verbündeter hier schön vorrücken. Hat jetzt mittlerweile auch ordentlich was an ein schweres Gerät aufgefahren. Da bin ich echt beeindruckt. Das hat das sehr, sehr gut gemacht. Hat jetzt hier auch die ersten, ähm, ja, die ersten Eisenbahnen gebaut. Auch da bin ich zufrieden. Ähm, ja, gut, die Provinzen hätte man vielleicht noch andere auswählen können. Aber es ist okay. Er spielt auch die Runde zum ersten Mal, hat er mir erzählt. Und ja, also er spielt allgemein zum ersten Mal. Von daher ist das okay. Ich gebe ihm da auch so ein paar Tipps und Tricks. Und ich denke mal, das sollten wir hinbekommen. Und da Georgia jetzt AFK gegangen ist und das quasi die, ja, die Platz-2-Nation ist, zusammen mit North Carolina, ist natürlich die Koalition jetzt sehr geschwächt. Das ist auch die Koalition gewesen auf Platz 2, die ja noch relativ nah dran sind an uns. Aber durch das AFK gehen jetzt des Verbündeten, denke ich mal, haben wir das Ding in der Tasche. Ähm, Colorado und unser Verbündeter, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, werden da jetzt sich darum kümmern, werden nach Osten gehen. Und ich werde mich hier weiter nach Norden ausbreiten. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Die Reisezeit natürlich enorm. Ähm, wir haben so ein bisschen Energiemangel. Den Energiemangel können wir jetzt hoffentlich hier ein bisschen noch entkingenwirken. Hier ist gut Energie. Also insgesamt zwei Kohle-Provinzen, eine, äh, na hier eine Öl-Provinz und dann noch eine Doppelkohle. Also provinztechnisch sollte das hier auf jeden Fall in Ordnung sein. Ähm, ich denke mal, das sollte passen. Gut, da die jetzt aber AFK gegangen sind, würde ich sagen, können wir unsere Armee von hier unten ruhig nach hier oben verlegen. Und können dann quasi hier ein paar neue Truppen nach oben schicken. Das ist, denke ich mal, eine gute Sache. Ähm, und können dann hier dann ein bisschen, ähm, ich würde dann hier wahrscheinlich auch bald mal eine Pause machen, weil wir hier sehen, die Moral ist doch mittlerweile sehr schlecht, äh, unsere Truppen sehr abgekämpft. Also die Ziemoral ist auch überhaupt nicht mehr gut. Also wir haben hier echt Moralprobleme dann so langsam und wir werden dann echt gucken, dass wir hier oben anfangen, äh, ja, das Ganze auszubauen. Und dann hier ein paar Moralplätze finden, wo unsere Truppen sich eventuell auch mal ausbreiten können. Selbst hier mit der Level-5-Festung schaffen wir es gerade mal so auf 87%. Ja, müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen. Ähm, wird auf jeden Fall ziemlich schwierig. Und ich glaube, wir sind dann bald auch an der Grenze der Ausdehnung angekommen. Und dann müssen wir erstmal unsere anderen Bäden ein bisschen aufholen und hoffentlich dann so die Punkte machen. Weil für uns wird es jetzt auf jeden Fall schwierig, gerade auch, weil wir so ein extrem langgezogenes Gebiet haben. Ich werde dann, denke ich mal, auch die Hauptstadt noch ein kleines bisschen nach Norden verlegen. Ja, aber ansonsten müssen wir es halt einfach hinkriegen mit. Ausbau, Ausbau, Ausbau. Ähm, das ist halt eines der wichtigen Sachen, die wir auf jeden Fall angehen müssen. Ähm, ja, und ansonsten sollte das klappen. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt das doch so machen, dass wir hier den Bereich erobern. Hier ist auch nochmal ein bisschen Öl und, äh, Quatsch, ein bisschen Kohle dabei, ein bisschen Energie. Und das nochmal, äh, eine Gasprovinz. Das ist okay. Öl kommt leider erst hier oben. Müssen wir dann mal gucken. Doppel, ähm, Energieprovinzen sind hier leider noch Mangelware. Da müssen wir nach Süd-Dakota ein bisschen schauen. Da wäre hier eine Doppelölprovinz, die natürlich sehr, sehr wertvoll wäre. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Wäre aber auf jeden Fall eine Option wert und auch eine Überlegung wert, weil ansonsten sind hier oben, glaube ich, keine oder sehr wenige. Doch hier unten, hier ist noch eine Doppelkohle. Äh, aber ansonsten ist Energie hier wirklich Mangelware. Wir fahren jetzt hier immer oben mal ein bisschen rum, ein bisschen gucken mit unserem Schlachtschiff. Ähm, ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber man muss sagen, also das Schlachtschiff jetzt hier, ja, wir haben das in den Schlachtschiff, was sagt, das hätte man prinzipiell auch mit einem Bomber machen können. Ich denke mal, Bomber hier auf der Map wären deutlich sinnvoller. Weil ein Schlachtschiff oder allgemein Schiffe können halt hier nicht viel machen. Die Provinzen sind eigentlich alle im Landesinneren und wenn man jetzt ein Schlachtschiff gegen sich hat, naja, dann fährt man halt ein bisschen ins Landesinnere. Und dann ist das Thema auch erledigt. Der Feind kommt nicht mehr an einen Rand. Also hier sind, glaube ich, EPGs zur Verteidigung und Bomber zum Angriff, äh, deutlich effektiver. Äh, ja, ob man die große Anzahl, die man benötigt, um da wirklich richtig effektiv zu werden, bekommt, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber prinzipiell sollte das gehen. So, wir werden ja hier mal noch ein bisschen Verkaufsangebot reinstellen. Und zwar Holz, äh, zu 13,9. Zu 13,9. Dann machen wir 13,8. Um nochmal ein bisschen an Geld zu kommen. Weil der Handel hier wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig sein. So, wir haben eine Nachricht gekriegt. Gut, die lese ich mir gleich durch. Ähm, ja. Ähm, genau. Damit seid ihr eigentlich auch schon auf dem neuesten Stand. Vielmehr auch nicht passiert. Äh, die Map ist jetzt mittlerweile an dem Punkt. Sie trudelt so ein bisschen dem Ende entgegen. Ähm, ich wollte das ja, aber ich werde die Reihe ja auch nur als kleine Zwischenreihe einfügen. Und genau deswegen kommen auch bei der Reihe nicht ganz so viele Folgen. Ich denke, das ist in Ordnung. Und, ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.